Hallo liebe Reisende und Entdecker, herzlich willkommen bei Lifetain. Wir stellen Ihnen in diesem Video die Lifetain-Spotsammlung Heidelberg in Begriff der Romantik vor. Die Sehenswürdigkeiten von Heidelberg finden Sie als Download zum Mitnehmen in der interaktiven App Lifetain. Sie können darüber hinaus Ihre ganz persönlichen Spots anlegen und teilen und Lifetain erinnert Sie, wenn Ihre ausgewählten Sammlungen in die Nähe kommen. Heidelberg und die Romantik. Seit 200 Jahren sind sie untrennbar miteinander verwoben. Alt Heidelberg, du Feine, du Stadt an Ehrenreich. Am Neckar und am Rheine, kein andere kommt dir gleich, dichtete 1854 Josef Viktor von Scheffel. Etwas ironischer ging Kurt Toholzki mit der Heidelberg-Begeisterung um. Denn der schönste Platz, der hier auf Erden Main, das ist Heidelberg in Wien am Rhein. Zum Dank benannte die Stadt eine Aussichtsterrasse am Schloss nach Scheffel. Eine der schönsten Möglichkeiten Heidelberg kennenzulernen ist ein Spaziergang über den berühmten Philosophenweg. Über Treppen und steile Straßen geht es nach oben. Von dort haben Sie herrliche Blicke auf die Altstadt, das Schloss und die Alte Brücke. Eine kleine Rastunterpalmen im Philosophengärtchen und ein Blick auf das Eichendorfdenkmal machen Sie wieder fit. Über den von Bruchsteinmauern gesäumten Schlangenweg kommen Sie wieder ins Tal. Die alte Brücke führt Sie über den Neckar in die Altstadt mit ihren alten Häusern, Plätzen, Kirchen und Gassen. Der Weg hinauf zum Heidelberger Schloss geht über schmale Wege und Treppen an herrschaftlichen Willen vorbei. Nicht nur diese gewaltige und nach wie vor sehr lebendige Ruine ist sehenswert. Auch der Blick auf die Stadt ist grandios, vor allem in den Abendstunden, wenn die Sonne im Westen versinkt. Nun ist Gelegenheit, eines der Lokale in der Altstadt aufzusuchen und am nächsten Tag könnten Sie einen Besuch im Zoo oder im Botanischen Garten machen. Weitere Vorschläge finden Sie in der Spotsammlung Heidelberg. Genießen Sie mit Lifetain diese wunderbare Stadt. Viel Vergnügen im romantischen Heidelberg. Sie finden Lifetain im App Store und bei Google Play. Diese Spotsammlung und viele weitere Sammlungen können Sie innerhalb der App downloaden. Links zu den Stores stehen unten in der Beschreibung. Und denken Sie daran, diesen Kanal noch zu abonnieren. Sie werden dann auf alle Neuvorstellungen von Lifetain aufmerksam gemacht.